Hallo, herzlich willkommen bei der Hilfe. So funktioniert die Mausseite. Mit diesen beiden Pfeilen kannst du dich auf der Seite nach oben und nach unten bewegen. Übrigens, wenn du die Seite auf einem Tablet oder einem Smartphone besuchst, wischst du ganz einfach nach oben oder nach unten, um die Seite zu bewegen. Und dieser Pfeil hier bringt dich immer zurück zur letzten Seite. Sehr praktisch. Ins wichtigste Menü kommst du hier. Diesen Knopf gibt es immer an dieser Stelle und er bringt dich immer hierher. Zu den vier großen Menüs. Lach- und Sachgeschichten, Spiel und Spaß, Mausfans und Mausextras. Außerdem kannst du dir hier immer die aktuelle Sendung ansehen, findest die Sendetermine, bekommst Hilfe und kannst Kontakt zu uns aufnehmen. Wenn du eine bestimmte Geschichte sehen willst, klick hier. Da gibt es nämlich Maus-Bots, Lieder, alle Geschichten aufgelistet und du kannst jetzt nach Themen suchen. Wenn dich zum Beispiel das Thema Technik interessiert, dann werden dir alle Geschichten alphabetisch angezeigt, die das Thema Technik haben. Und du kannst sie dir sofort ansehen. Spiele findest du hier. Im Bereich Mausfans gibt es alle Fotoalben, das Gästebuch und den Podcast. Außerdem Karten, die du verschicken kannst. Bei den Maus-Extras kannst du dir zum Beispiel Reisetagebücher ansehen und unsere Specials oder Armin Sommerreisen. Viel Spaß beim Surfen!